Herzlich Willkommen ihr Leute zu einem neuen Part von Let's Play Tomodachi Live. Ihr seht es, ich habe das Thumbnail ein bisschen mal wieder angepasst, also nicht das Thumbnail, sondern das Hintergrunddesign von meinen Folgen. Und ich habe jetzt einfach mal eure Mies oder einen Teil von den Mies hier, ja quasi links zu meiner Facecam, da so hingemacht. Ich hoffe, euch gefällt die kleine Verbesserung, weil ich mir das Ganze immer noch besser und schöner mache, dass es einfach mehr nach was aussieht und ich finde es so einfach ganz schön. So, ich bin jetzt erstmal wieder seitdem ich von Gamescom und so weiter wieder da bin und dem hatten wir einen Part auf, um zu schauen, wie es meinen Mie Charakteren geht und so weiter. Und im nächsten Part, der und dann kommt, für euch gesehen, dann am Montag aller Voraussicht nach, wird dann auch so ein Mie zugefügt. Ich bin sehr gespannt von euch Hussauern. Ich verrate mir noch nicht, welches es sein wird. Ihr werdet es da sehen, bzw. ihr könnt das in meinen Kommentaren überlegen, welches Mie es sein könnte. So, aber jetzt haben wir noch erstmal, wie es unseren Mie Leuten geht und da wollen, glaube ich, einige was. Also, wie gesagt, das ist jetzt heute mal ein reiner Part, dass wir einfach mal ein bisschen Kehrtime machen, schauen, wie es mal ein Mie geht. Fang einfach mal mit Misshell an. So. Uh, was wird denn das? So ein Mist. Uuuuh. Ah, kann man dir irgendwie helfen? Ich habe mich mit David gestritten. Ich bin so wütend. Ach, du bist wütend, weil du mit David gestritten hast. Okay, ja, vertragte es doch. Na und? Okay, du willst beruhigt werden. Ah, die sollen mir was senken, oder? Was essen. Komm, also mit einer Pizza. Achso, nee, hä? Ein Kleidungsstück. Ja, komm, geben wir dir jetzt mal ein Snorkelhemd. Vielleicht kannst du es ja damit beruhigen. Verstehe, wo das drauf hinausgeht. Das fand sie ziemlich gut. Perfekt. So, siehst du, als würde mein Festgemüt aus den Raben rausgehen, das wollte mir nicht so sein. Bestimmt könnt ihr euch wieder vertragen, so. Ich bin ja mal ein ganz guter Ding, aber mein Zimmer ist so ein Estbild, ne? Muss ich es denn sagen. Gucken wir doch mal, was da jetzt abgeht. Ich wollte mich noch entschuldigen gegen Neulich. Ach, eigentlich muss ich mich da entschuldigen. Sieht doch mal ganz gut aus. Bei ihr sagt, da haben wir es entschuldigt. Das hat sich doch gut an. Also es sah gut gelaufen. Ja, perfekt. Was will man mehr? Super, aber super. Als Dreisleister, ähm, fungiert. Und bekommen sie auch da jetzt Dankeschön dafür. Was will man mehr? Was wird es wohl sein? Ich bin eben ein bisschen ungeschlagen, da kann man den Gleis super verwenden. Also, jetzt haben wir noch mal Gleis weiter. Aber du willst noch was? Machen das. Heute wird es ja... Ja, komm, sonst sind die Marzweiparte auf. Ja, komm, wir machen ein Spielchen. Let's go. So, spielen wir. Zum Quiz. Oh, nee, da bin ich mal so schlecht. Jetzt haben wir doch mal. Was wird es wohl sein? Würfel, Broskitu, Lasagne. Es sagt Broskitu. Bitte machen, dass es richtig ist. Jawoll. Okay. Boah, sagt eine Muskelzahle. Die richtige Antwort ist... Yes, jawoll. Okay, das geht eigentlich durch, wenn man mal Lug ist. Nachdenkt, was es sein könnte. So. Komm mal, was soll ich jetzt noch haben? Sauerkraut, vier Sekunden, esst alles sein. Was sind Cornflakes? Was ist das? Dieser Cornflakes. Was ist denn das Sauerkraut, ne? Nein. Das war jetzt irgendwie erst. Das hätte ja wirklich beides sein können. Bei Cornflakes sind die ein bisschen gelber sind, ne? Schade, schade. Aber das machen wir demnächst nochmal. Ja. Danke. Das ist irgendwie ein bisschen... Manchmal trickst du es ein bisschen. Aber immerhin, ich habe eine Rolle Klopapier erhalten. So. Ja, danke. Also. Jetzt schauen wir mal weiter. Gut. Ubu will nix. Äh, Pickma. Ach, die werden alle spielen. Ach, du Heilig. Jeder will mit dir spielen. Geht's ja ganz schön ab. Gut, machen wir eine Runde spielen. Also, ja, spielen wir. Klopf Ringkampf. Lass deine Figuren in einem spannenden Ringkampf antreten. Okay, let's go. Ach, du Scheiße. Ja. Musst man immer einfach auf den Touchscreen tippen. So viel und so oft man kann. Come on. Und ich habe sogar noch verloren, obwohl ich es so oft drauf gedrückt habe. Ich sag, heute habe es irgendwie wieder eine Pestphase. Ich sag's in den Minigames. Ich sag's voraus. Okay, wir machen es demnächst wieder. Ist okay. Bis jetzt, was war in den Minigames verloren. So haben wir aber, wie finde ich, noch wieder eine Rollklub-Papier bekommen? Sinnig. Ich wünsche mir eine neue Innenreinrichtung. Willst du eine neue Innenreinrichtung? Ja, die kannst du gerne bekommen. Komm, die geben mir mal das Fastfood. Das passt zu dir. Danke für die neue Einrichtung. Ist wirklich sehr individuell. Okay. Übrigens, willst du dich vielleicht... Natürlich sauben wir uns da um. Wie kann man aus sowas umgehen? Wirst du cool, dass man das in 3DS einfach bewegen kann? Boah, wie sieht so ein S-Screens aus? Da die Pommes. Da der Hamburger. Das könnte erst bei Magis sein. Boah, das sieht so eine Hardwelt aus. Ich will's. Also, willst du auch? Ist die Frage, komm. Machen wir mal ein Foto. Wie ging das? Perfekt. Ich werde friedlich damit umgehen. Ja, das will ich ja mal hoffen. So. Wilde, wilde Einrichtung aus dem Fall. Das ist alles. So, jetzt ist doch ein bisschen weniger los. Also, Cookie will noch was. Mach mal da vorbei. Außererst. Ja, doch, machen wir ja Cookie. Weil es immer nach der... Selbigen Reihenfolge machen. Ich glaube, du bist krank, oder? Zumindest hast du gerade nur genießt. Also, sag mal nochmal. Wie kann man dir helfen? Wie hungrastet? Okay. So, Pizza gibt's für das. Oh, oder Paprika. Auch gut. Okay, Paprika mag er. Nee, kann man das irgendwie nie merken, ehrlich gesagt. Aber was ist das halt, ne? So, und Spongi will noch spielen. Dann spiel mal doch was, würde ich sagen. Hast du Lust auf ein Spielchen? Ja, why not? Ich hätte es ja wieder verlieren, aber komm. Wichter, Gemeinsamkeiten. Wie gut kennst du deine Inselbewohner? Ach Gott. Die erste Aussage zu deinen Inselbewohnern. Okay. Kröte, CST und Fabi tragen im Moment das gleiche Outfit. Nein. Ich kann nicht sagen, weil Kröte ein Gleit trägt. Sonst wärst du ein sehr cringe. Boah. Puh. Jetzt wird's fair, ne? Weil, wenn du kommt raus, dass die Inselbewohner gar nicht so gut kennen. Die zweite Aussage zu deinen Inselbewohnern. David und Michelle sind befreundet. Ja. Ich glaube, das war mal. Jawohl. Auch wenn da gerade erst ein Streit geschlichtet wurde. Die letzte Aussage zu deinen Inselbewohnern. Okay. Dritte Maß ist selbstfalls. Der Ima und Ubu haben die gleiche Persönlichkeit. Ich darf es ja überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Und die korrekte Antwort ist. Das ist falsch. Barmherzig intellektuell. Okay. Gut, der war eins gewonnen. Ja, 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 das ist Weisernis, ne? So. Also, wir nehmen ganz natürlich den größten... Innspiel. So, leg. Das sind dann Sachen, die kann man die Mies dann auch versenken. So, das ist ganz cool. Ich hoffe, es ist irgendwann mal eine Nachfolge von dem Game rausbringt, wo man dann die Sachen auch irgendwie in so ein Haus stellen kann, die man bekommt und sowas. Ich hab da ein paar wilde, wilde Ideen von Top-Modat-Z-Life 2. Ähm. Das ist halt, das Wort, man wird dann Items bekommen und könnte dann halt auch wirklich, das ist tatsächlich irgendwie... So. Wir geben die bei Hemd und Hose. Zaube doch mal, wie das finden wir es. Das gefällt ihm schon ein wenig. So gut da jetzt für, es gefällt ihm halt einfach gar nichts. Perfekt. So. Jetzt haben wir mal aus, in der Dank, dass es hin wird. Ein Kaleidoskop. Sack, es ist ja wild, wenn man das dann den Mies senken könnte, dann würde ich wirklich eine Wohnung aufbauen und sowas. Ich könnte hier sogar beim Nachfolger erst vor einigermaßen realistisch halten, dass das dann da irgendwann mal passieren wird, ne? So. Jetzt haben wir noch mal, was Sophie will. Wir haben uns ewig nicht gesehen. Ja. Zwei Wochen haben wir uns mal nicht gesehen, weil sie auf der Gamescom. Außerdem haben wir uns sogar auf der Gamescom gesehen. In real life. Aber okay. Dir bitte mal meinen Bauch genauer anzuhören. Uh, den Bauch genauer anzuhören. Ja, Blick riskieren. Ah, Trüffel. Das ist schon sehr witzig. Das ist halt so komplett random. Okay. So, da hat man halt gesehen, was du zuletzt gegessen hast. Okay, das war jetzt sehr random. Also, mobile. Ja, perfekt. Perfekt. So. Kann man doch irgendwerst mir wohnen, was Gutes tun? Nein, tatsächlich ist es nicht. Ei, ei. Okay. Ja, ähm, morgen wird es das Haus, wie gesagt, so ein Füllen, weil da eine weitere Person, ähm, hinzukommen wird. Da könnt ihr so mal ganz gespannt drauf sein. Für den heutigen Part soll es das soweit gewesen sein. Ich bedanke mich für's Husehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Ich bedanke mich für's Husehen. Ich bedanke mich für's Husehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.